Wer ist denn der Kaffee? Verstellung in der Rotorlein, Aristokrat und Empathie. Ist der Herr, kommt der Herr, fährt im Glorz neues Wort und zeigt es blieb, worum sie blieben geht. Trotz ist Christa der Winter, einsam und verlassen. Jeder verlor seine Frau, der kann es immer noch nicht passieren. Guten Morgen! Wie geht es Mrs. Van Mopper? Sie hat Halsschmerzen. Die übliche Rippe, denke ich. So, so. Bitte sehr, Mademoiselle. Danke. Lassen Sie das und legen Sie hier noch ein Gedäcker auf. Mademoiselle, bitte mit mir frühstücken. Nein, nein, das geht doch nicht. Also wollen Sie vor einem nassen Teestuch sitzen. Ach, das macht mir nichts aus, wirklich nichts. Ach, was dummes Zeug. Kommen Sie. Ich wollte Sie ohnehin bitten, sich zu mir zu setzen, bitte. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Sie müssen verzeihen, ich war ziemlich unhöflich gestern Abend. Oh, das fand ich nicht. Mir schien Ihres Mrs. Van Mopper sehr gut. Ach, Ihre Freundin. Ich bin bei ihr angestellt, als Gesellschafterin. So. Dafür zahlt sie mir 90 Pfund. Im Jahr. Ich wusste nicht, dass man Gesellschaft kaufen kann. Was soll ich tun? Ich brauche das Geld. Ja, haben Sie denn keine Verwandten? Nein. Sie sind alle gestorben. Waren Sie hier schon mal in den Bergen? Man hat schon dort eine fantastische Ausgabe. Nein, und dieses Van Mopper geht keinen Schritt aus dem Urzug. Gut, dann vergessen wir das Loch hier. Wir können ja irgendwo einkehren. Ja, aber ich kann doch nicht... Anfass, holen Sie was und überziehen. Ich lasse inzwischen den Wagen vorfahren. Kann das sein? Geht das an? Ist der Freund sich unerfört? Die Frau ist doch nicht seine Frau. Vielleicht doch interessant. Hat richtig gehört? Er macht euch einen Hausflug mit mir. Warum nicht? Allerhand. Kommt zu glauben. Wenn der Mann den Lied. Sie ist nur ein Kind. Ein dummes Lieg. Er so trost. Sieg und tat. Es gehört sich nicht. Ich glaub nicht, dass er etwas von mir fehlt. Er verlor erst plötzlich seine Frau. Er denkt auf mich ein Schlag. Hier weiß der Mann, der Gäste wird, der Gäste wird.